Schön, dass du da bist. Bist du zu jung für die Rente, zu müde zum Arbeiten und viel zu pleite, um deinen Job zu kündigen? Ja, dann habe ich was für dich. Hallo, ich bin Manuela, ich bin dein Goldfrenerli und ich zeige dir in diesem kurzen Video, wie es mit dem Online-Trading weitergeht. Online-Trading ist für jedermann geeignet, egal ob Anfänger oder erfahrener Trader. Die Firma e-Economy bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen im Finanzbereich an. Falls du neu bist in diesem Bereich, wir verdienen unser Geld durch den Kauf-Verkauf von Gold, Währungen, Kryptos zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis. Es kann der Euro, der Dollar, der Schweizer Franken, der Pfund, der Yen sein. Egal, jede Währung kann online gehandelt werden. Du brauchst lediglich eine Internetverbindung und schon kannst du täglich Gewinne erzielen. Lass uns starten. Wir starten mit Copy-Paste-Trading, was für Anfänger sehr geeignet ist. Wir haben ein Team aus 13 professionellen Tradern, die die Märkte für dich analysieren und dir Kauf- oder Verkaufssignale über eine App durchgeben. Alles, was du tun musst, ist, einfach zwei Zahlen zu kopieren. Und zwar kopierst du diese zwei Zahlen in dein Handelskonto. Ja, und schon machst du Gewinne, indem du zwei Zahlen dann kopierst. Ich habe von Tag 1 bereits Gewinne erzielt. Bist du bereits fortgeschrittener Trader? Ja, dann kannst du in unserer Lernakademie deine Tradingkenntnisse vertiefen. Du kannst mit Kryptos traden oder du kannst dein Handelskonto einfach einer künstlichen Intelligenz anschliessen. Da bietet die Firma e-Economy die Software Manara an. Manara ist eine halbautomatische KI, die den Markt scannt und dir Signale durchgibt. Manara gibt dir Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten an. Sobald die Software eine Chance findet, sendet sie dir ein Signal, den du dann als Bestätigung benutzen kannst und zu deinen Trades setzen kannst. Wie habe ich begonnen? Ich habe mich bei e-Economy registriert. Ich habe das Elite-Pack gekauft, wo man Lernvideos hat, wo man Copy-Paste-Trading lernt. Und dazu gibt es wöchentliche Live-Workshops mit den professionellen Tradern. Du hast natürlich Zugang zu allen Telegram-Gruppen, wo die Trader die Signale durchgeben, wo du einfach Copy-Paste machen musst. Also deine Signale dann in dein Handelskonto einführen. Dieses Paket kostet für die ersten vier Wochen 149 Dollar. Wenn du danach weitermachen möchtest, kostet dann das Paket nur noch 99 Dollar pro Monat. Es ist wichtig zu wissen, dass es sich hier nicht um einen Vertrag handelt, sondern es ist ein Abo. Es ist so wie bei Netflix. Einfach ein Abo. Du kannst es jederzeit kündigen. Oder natürlich, du kannst es jeden Monat erneuern, so wie ich es gemacht habe. Du kannst natürlich auch jederzeit später gewisse Sachen dazukaufen, wie zum Beispiel das Crypto-Package. Ja, und zweitens machst du ganz einfach. Du eröffnest ein Handelskonto bei einem Broker. Du suchst dir deinen beliebigen Broker aus. Wichtig zu wissen ist, dass du selbst deinen Broker aussuchen kannst. Ja, und nur du selbst hast Zugriff auf dein Handelskonto. Und als nächstes verbindest du dein Handelskonto mit deiner Software. Zum Beispiel mit dem MetaTrader 4. Was auch sehr wichtig ist, wenn man startet. In diesem Handelskonto hast du nämlich die Möglichkeit, zuerst auf einem Demokonto zu starten. Du kannst so lange auf einem Demokonto üben, bis du dich fit genug fühlst, auf Echtgeld zu traden. Ja, ein Demokonto heisst nichts anderes. Es ist so ein Übungskonto und es ist einfach so Fake-Geld. Ja, du übst und übst und übst, bis du dann fit bist für Echtgeld. Ja, was brauchst du zum Echtgeld-Traden? Du brauchst mindestens 300 Euro Startkapital. Wenn es natürlich mehr ist, ist es natürlich besser. Dann kannst du auch höhere Gewinne erzielen. Du machst deine E-Learnings in der Lernakademie und du wirst Schritt für Schritt angeleitet. Wir haben nämlich eine großartige Community und du hast immer Unterstützung und du hast einen genialen Support. Und denk daran, du bist nie allein. Was beim Trading natürlich auch sehr wichtig ist, du musst unbedingt das Risikomanagement einhalten. Du darfst nie mehr als ein Prozent von deinem Kapital riskieren. Einer meiner obersten Prioritäten ist die Sicherheit der Gelder meiner Kunden. Das bedeutet, dass du allein die volle Kontrolle über dein Geld hast. Das Unternehmen hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf dein Geld. Und es bleibt immer auf deinem eigenen Handelskonto. Du hast die volle Kontrolle über dein Geld und kannst jederzeit Geld abheben oder Geld einzahlen. Ja, und zusammengefasst heisst das nichts anderes, du verbindest dein Handelskonto mit der Software und schon setzt du deine Trades und machst ganz einfach Gewinne. Das Geld bleibt immer bei dir und nur du hast vollen Zugriff auf dein Handelskonto. Ganz wichtig beim Trading ist es auch die goldene Regel. Vergangene Gewinne geben keine Garantie auf zukünftige Gewinne. Also, wenn du bis jetzt zugehört hast und noch Fragen hast und immer noch Interesse hast, da mitzumachen, dann schreib mir doch eine Direktnachricht und ich werde mich so schnell wie möglich bei dir melden. Tja, worauf wartest du noch? Es ist das Jahr 2024 und es war noch nicht so einfach, Geld zu verdienen. Also, wir sehen uns. Tschüss!